herzlich willkommen bei hut bloggerin angelika albrecht ich habe heute zwei überraschungen mitgebracht dieses video ist nämlich ein unboxing video und ich habe zwei hut boxen mitgebracht ich habe mir nämlich online hütte bestellt das eine habe ich mir online in italien bestellt und das andere habe ich mir online in deutschland bestellt das erstaunliche war ich hatte mir am sonntagnachmittag hatte ich das in dem italienischen shop bestellt und am donnerstag früh war es bereits da das heißt ich fange nun mit dem ersten mit dem italienischen hut fange ich an ich habe denn hier hier diese kiste und die werde ich jetzt gleich auspacken so und nun packe ich die kiste also aus das wird spannend das sieht ja aber das sieht ja aber schick aus sehr sehr schön und sogar eine super tolle hutschachtel mit dabei das ist ja das ist ja wirklich cool so nun bin ich gespannt und da ist er der hut und diese tolle hutschachtel das ist cool so und nun nehmen wir uns die zweite schachtel vor und weil ich weiß dass der hut da drin blau ist habe ich mir ein blaues jacket angezogen also los geht's und da ist er oh ist der cool der ist ja wirklich 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 schön aber ist die frage ob ich mich traue diesen hut aufzusetzen so nun setze ich mal die hütte auf das ist hinten so jetzt mal selbst im spiegel schauen sehr schön so nun nehmen wir den zweiten so so sehr schön so 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 so